Habe ich dir schon erzählt, dass ich jetzt bei der Knappschaft bin? Habe ich dir schon erzählt, dass ich jetzt bei der Knappschaft bin? Wie geht's euch denn? Prima. Wir sind doch jetzt bei der Knappschaft. Knappschaft, Mutti. Die Krankenkasse. Die haben auch Krankenhäuser wie dieses. Die Knappschaft. Ja klar, die kenn ich doch. Jetzt besser kennenlernen, denn alles andere ist nur Krankenkasse. Knappschaft. Für meine Gesundheit.